Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sword Art Online Ähm... Fractured Daydream... Zu viele Namen in letzter Zeit Da ist doch die Strea, die ist jetzt scheinbar freigeschalten Ich hab das sogar gedrückt, egal Ähm... Wir machen mal kurz was in der Werkstatt Ich hoffe wir können die Len nutzen Äh... Wollen wir was was ich noch mal? Ra- Nee Schurke Schurke, 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 Schurke Erstell mal neun Gegenstände Oh, das ist ne Maschinenpistole, geil! Aber... Gewöhnlich ne? Schweinerei Aber die ist auf 15 Äh... Charaktere? Okay, sind wir momentan 13 Ausrüstung optimieren? Ja Echt, Alter Ich hab eine auf 16 Und die ist sogar selten Fuck you spielen Fuck you spielen Aufwertungsmaterial M Da war M, da war M Hä? War da nicht grad M? Achso, ich bin wieder oben gelandet, oder? Äh... Wie schaut's bei anderen aus? Warte mal... Kiri du, was hast du da? Was kann ich da zerlegen? Da ist M Warte mal, hab ich dich ausgerüstet? Ja Äh... Ähm... Äh... Ging schon zu legen Also müsstest du jetzt dann zu Len gehen können? Drauf gehen? Verstärken? Hä? Oh, XS Was? Auf was hab ich da mit M geschaut? Hä? Ach, Belohnung nach Zerlegen, Alter Du Trottel Trottel, 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 Trottel Was? Kann ich mehrere? Da, da, da... Was? Ja Gehen Ja Ja Krieg ich da auch Geld? Krieg ich nicht, ne? Ich kann aber auch nichts verkaufen Kann ich was verkaufen? Wir haben uns die damit beschäftigt, ne? Also machen wir das mal kurz ein bisschen. Nee. Shop ist ja der andere Shop, ne? Ist da noch irgendwas anderes drin jetzt? Nee. Oh. Na ja, haben wir schon ein bisschen zugelich. Aber jetzt sagen wir mal ernsthaft. Dafür muss man 1220 weiße Dinger ausgeben. Ich meine, das hat nur einen leichten anderen Touch wie sein normales Ding. Gut, der hat da unten scheinbar mehr Teile. Also, ich kann da runter. Oh, 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 oh. Oh. Klar, Badekleidung. Das ist Standard, Anfangsteile. Photon-Sort-Bündel. Geil. School-Uniform, Yui-Bündel. Okay, sie schaut knuffig aus. Aber 1200 ist halt echt viel, Alter. Ich meine, du bekommst halt 13 von 10er, ey. Das ist halt schon... Du bekommst gerade mal 100 mehr, wenn du für 20 einkaufst. Ey, das ist zu viel Geld für ein bisschen was. Vor allem, du müsstest halt jetzt schon 10, 20, 30. Mit denen zwei sind es 40, 50, 60, 70, 80. Du müsstest jetzt schon fast 100 Euro, oder sagen wir, 90. 90 Euro ausgeben, um das ganze Zeug zu kaufen. Und von den Premium-Dingern, die sind sowieso eine Verarsche, Alter. Weil da machen sie schon extra mehr wie 12, Alter. Damit du da auf jeden Fall 2 Packs kaufen musst. Oder ein 20er-Pack. Ich meine, ja, da sind ein paar mehr Texturen drauf und so und keine Ahnung, aber... Ja. Nee. Nee, 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 nee. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte noch kurz so bei der Lämmen auf dem Stil mal was aufrüsten. Ja, drauf. Und dann machen wir weiter. Ich hab schon viel zu lange mit rumgedacht. Äh, 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 äh. Ausrüstung optimieren. Nein, nicht optimieren. Nein, immer noch nicht. Ah, ich muss ja draufgehen, ja. Und dann jetzt halt verstärken. Hört auf 16. Wovon hat denn das andere eigentlich? 3, 4? So viel stärker ist das gar nicht. Was hat denn eigentlich die Kiritu für Schlagzahl? Und dann... 264, okay. Äh, 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 Lobby? Go! Hä? Ah, auftritt das Schurken. Obere muss mit Descartes ein liefes Gewuss ziehen. Und dann sind wir am Ende. Und dann nutzen die Zweien auch noch das aus. Äh. Ich mag die Schurken nicht, Alter. Da. Die Schurken nicht, aber... Das ist schon... Ich mag Ja, das ist alles gut. Ich glaube, ich bin sehr glücklich geworden. Was? 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 Kirsten Das war's für heute. Das war's für heute, dass wir in diesem Zeitpunkt beurteilen und den Behandlung beurteilen können. Ja, bitte. Erstens. Ich werde jetzt die Situation im Moment beurteilen. Ich habe gerade noch neue Informationen in den Tests. Ich glaube, es ist ein Test-Room. Es ist nicht jeder so ein Drecksack. Ich hasse sein Standard, er ist ein normales Laden. Aber wenn man einen Test-Room befindet, kann man sich in diese Situation herausfinden, hat eine große Sache gemacht. Was ist das, was der Mitarbeiter? Er hat sich auch einen Anführer gesagt. Er hat einen Anführer? Er hat einen Anführer gemacht. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2019 Na ja, Gehlin. Schweiner right, eh? Jetzt wollte ich die Länder aus Christen, aber sie sind nicht dabei. Der vielleicht mal aufpassen soll, ne? Warte, ist das nicht die Stelle, wo wir mit dem Kyrrho sind? Das ist die Stelle, wo wir mit dem Kyrrho sind. Ich habe mich nicht mehr verstanden, oder? Ja, ich habe mich nicht mehr verstanden. 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 Ich habe mich nicht mehr verstanden, ob Sie ja noch einmal ein Minderung sind. Ich habe mich nicht mehr verstanden, oder? Ich frage mich zuerst. Ich habe mich nicht mehr verstanden, warum Sie müssen? Ich habe mich nur mehr geflogen, um herauszufinden, Na, ich habe mich nicht mehr verstanden. Die gerade die Beleidung, daerivohście helfen würde. Das war die System-Konsole von ID und Passcode. Das war's für heute. Ich muss halt trotzdem immer wieder lachen, wenn sie voll die Kommandos geben, egal ob es die Asner ist oder wer anders. Und du dann denkst, ja gut, am Ende stirbt einfach nur die ganze Gruppe rein und macht, was es will. Ich muss sagen, das wirkt für mich nicht so schockierend, wie wenn jetzt, ich meine, klar, es ist digital, aber wenn sie jetzt überall noch ein bisschen so Flecken hingespritzt hätten oder so, damit es halt wirklich brutal ausschaut. Dead? Das ist auch so, dass ich das wieder schockiert habe. Wenn ich mich nicht überrascht habe, dann hätte ich mich überrascht. Natürlich, aber es ist es nicht gut, aber... Soll ich aber, Asner ist, dass diese Situation, wie diese Situation ist, dann sieht man nicht so? Wie sehen Sie, dass jemand jemanden ist, um... Ja, ich habe, dass ich, als ich, als ich, die Spieler mit dem Karten und der Spieler, die Spieler verraten, wie sie verletzt sind, aber... Wie ist das, Alice, und Sino? Du hast du auch nicht? Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle, weil ich mich nicht so fühle. Ich habe das nicht so, dass ich die Monster nicht verabschiedet habe. Ich muss das nicht so, dass ich das nicht verabschiedet habe. Ich weiß nicht, dass ich die Logos nicht verabschiedet habe. Na klar, ich habe keine Prognose von VR-Geräusern oder Programmer. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht mehr verabschiedet habe. Ja? Ich glaube, ich bin auch der Zeit. Ja, ich will. Es ist ein Dank, aber es geht nicht. Ich bin ehrlich gesagt, es ist sehr schwierig für dich. Aber ich wollte mich nicht mehr auf dem Weg. Dann können wir uns mit dem Behandeln machen. Ja! Hm. Ich frage mich, ob die scheiße Würze wieder heißen? Ne Nege ist die kleine. Ich habe schon wieder vergessen, wie die große heißt. Echt, die lasst einen da raus? Ah, okay. Jetzt ist es nicht so, dass es nicht so ist. Es ist nicht so, dass es nicht so ist. Wir müssen uns wieder zurückziehen. Es ist noch nicht so, dass es noch nicht so ist. Okay, okay. Ich weiß nicht, dass es nicht so ist. Ich weiß nicht, ob es nicht so ist, dass ich mich selbst so ist. Es ist schon gut. Ich weiß nicht, dass du schon was damit comparing. Ich weiß nicht, dass ich sonst noch alles kann. Aber ich weiß nicht, dass ich alles noch nicht so ist. Ich weiß nicht, dass ich noch nicht so weiß. Stricke oder Erinnerung und Erinnerung zu sehen? Ich weiß nicht, dass ich mich selbst selbst in den tunteilen, dass ich sich selbst und in die Augen, störtlich nicht daran verhindern. Um, dass ich mich selbst auch nicht. Es ist ein paar Sache, wenn ich mich nicht verником ist, 例えば今こうして話している勇気は幻じゃないのか 本当にそこにいるのかとか 勇気あなたはあなたは 僕はアスナとこうして話せてるってだけで嬉しいけどね 幻かどうかなんて関係ない 僕が今そう感じているんだから それじゃダメかな そうよね あらどうかした 今あっちに人影が 女の人かしら アスナ後ろ モンスター どんどん集まってくるよ なんて数 手の空いている人は全員こっちに集まって テストルームを収集します ミキサー ミキサー ミダリコン 行くぜ ジュリクをおねがいします ハゼナ攻撃に期待してよ よろしくね 私達は 俺はそのまま マスター 私が決意に対して Das war der Eliminator Ana Eliminator Das war's für heute. Hey, wer hat mich da angegriffen, oder? Ich bin ein Wettbewerb, oder? Ey, das hat manchmal viel zu den Beschissen erreicht, Alter. Das war's für mich, das war's für mich. Oh, warte mal, da gibt es ja drei Kisten. Ey, helf mal den anderen und lauf nicht mehr. Warte, man kann hier? Nee, da komme ich doch gar nicht hin, oder? Nein! Nein! Ich habe nicht gedacht, dass es hier auch Kisten gibt, wo man holen kann. Und sie schleicht sich jetzt rein und versucht die anderen zu killen, oder so? Oder hat sie Monster im Testraum spawnen lassen? Oh, Alice! Also hat sie die gefunden und dann... Wow, ich steuere es auch mit dem Stick, also... Wie der Verein! Müssen wir doch gleich anfangen. Ich habe doch gewusst, die anderen sind da auch in der Nähe. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 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 hätte ich nicht. Oh, Jams ist gut zu sehen. Ja, der ist es so wichtig! Es ist das, der Ian von der Kursk. Ich bin der du einen Schlag. Du hast, was der Name? Du hast, der Kolscherlum von TESTRUUM in der Kursk. Was für die Kursk. Was für was der Nächte? Hmm, ich kann nur noch ein bisschen reden. Ich glaube, das ist das für uns, was ich. Das ist das Problem, also wenn ich das so, dann werde ich noch ein bisschen zu tun. Du bist der Test Room für den TEST-ROOM. Du kennst dich jetzt, was du kennenzulierst? Ja, ich habe gesehen, dass es nur ein kleines Erachter war, aber es war sehr real und刺激的光景 war, nicht wahr? Vielen Dank, dass es gut gemacht hat! Ich bin! Ich bin! Ja, ja. M-Monster? A-Machina-Sai! So, wie gesagt? Ano-Ko-Ga-Han-Nin? Ich habe das gesagt, aber... Ach, aber ich habe das gesagt... Aber jetzt ist es... Wie geht es? Ich habe mich nicht gedacht! Ich bin mit dir! Äh... Welchen Leute bin ich mit dir? Yuki! M-Machina-Sai! Die Ausrüstung ist schon echt beschissen teilweise. Was war ja ... U-M-Machina-Sai! Und wieder liegt... Der wird alles ver theoretical. Äh, noch willst du noch nicht machen,patient probabilia. Aber jetzt ist er 여기까지 richtig. Ger possiamo noch oder wie gesagt. calieres Mirae Dchan! Hermann? Da nee, Das ist wieder zu halbe Ferrechen, Alter. Da ist die Lenn, ich will die Lenn spielen. Hör auf, wie die Fotos enthalten. Dann kommen jetzt noch die anderen Flüte. Boah, was ist kurz an mir? Oh, fliegt doch wenigstens da hin. Alter, wie ist die Fotogon? Wow. Warte mal, wenn ich mich jetzt auch drauf ziehe, dann habe ich verloren. Alter, ich kann so Wendungen machen, krass. Wobei ja viel krasser ist, dass die Alte einfach mittendrin die Konsole aufrufen kann und irgendwelche Monster rufen kann. Im Normalfall wäre sie ja eigentlich ungesiegbar, oder? Ja, das zeigt mich mal, wieviel Angriff das hat, wenn ich das hier anschaue. Oh, sie steuert sich ganz cool eigentlich. Ich finde es immer noch bescheiden, dass dieses Fliegen so hart begrenzt ist. Kein Problem, dass es begrenzt ist, aber viel zu sehr. Ich meine, du kannst kaum was damit machen. Ja, ja, ja. Ich habe mich nicht gut gemacht. Kirito! Hallo, Asuna. Du bist okay? Ja, danke. Wie ist das? Genau, das dachte ich mir. Wie ist sie einfach jede Tochter ignoriert? Ich weiß nicht, dass sie das alles tun hat. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie wirklich helfen können. Aber warum sind sie hier? Wir sprechen darüber nachdenken. Sie sind nur zwei Leute? Nein, ich bin viel zu tun. Oh, jetzt kommt Smashed! Jetzt bin ich gespannt. Oder geht es ins Nächste? In den nächsten Dinger. Wie die anderen da hinten stehen. Ah, hier steht Gegenüber, man. Ja ho, Sino, Shurika,元気だった? Rizu-san! 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 Das stimmt, die zwei. Naniwa Tomoare. Wie gesagt, wir haben alle zusammengekriegen. Aber... ...und... 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 ... Das war's für mich. Ich habe es nur aufgeworfen. Ich habe es einfach nur aufgeworfen. Ich kann es nicht einfach aufgeworfen. Ich habe es auch aufgeworfen. Ja, genau. Geh! Heathcliff. Aber du hast auch das, dass du auch nicht so ist, Kirito? Du hast du mit einem anderen Partner aufgeworfen. Hallo, Kirito! Oh, Yuna! Du bist auch hier. Ich bin froh. Hey, Kirito. Du bist ein bisschen zu nahe? Das ist gut. Ich bin froh. 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 Ich bin froh.